Ostern ist das zentrale Fest der Christen, auch für den Grünheider Pfarrer Steffen Martloch. Gefeiert wird die Auferstehung von Jesus Christus. Während Weihnachten die Kirchen immer sehr voll sind und man denkt, dass Weihnachten das zentrale Fest ist, ist es Ostern. Die Überwindung des Todes und dass sich neues Leben bahnbricht. Und das ist sozusagen die Hoffnung, dass das Leben eben nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Und das ist die Osterbotschaft, dass Jesus, der Freitag gekreuzigt wurde, Ostern wieder auferstanden ist. Ostern ohne Eier und Osterhasen ist undenkbar. Der Pfarrer kennt den Ursprung dieser Symbole. Letztendlich kommt das aus dem heidnischen Brauch, die Göttin Osteria. Die hatte zwei, also eine Fruchtbarkeitsgöttin aus dem germanischen Raum, die hat zwei Symbole. Den Hasen, den wir deshalb auch zu Ostern haben, und das Ei als Fruchtbarkeitssymbol. Und ja, das Ei steht für neues Leben. Und christlich wurden sozusagen die Eier eben auch übernommen und auch in besonderen Farben getaucht, um sozusagen diesem neuen Leben, was sich da bahnbricht, sozusagen auch eine Symbolik zu geben. Das Kreuz und das leere Kreuz ist zwar das Symbol der Christenheit, aber im Ei, sag ich mal, das kann man im Alltag wahrnehmen. Bunt bemalt ist das Ei der Hingucker an den Festtagen.